Lowe Pro hat zwei neue Fotorucksäcke vorgestellt, die Photosport AW3. Ich persönlich finde diese sehr durchdacht, gefallen mir sehr gut und darum möchte ich euch die auch gerne in diesem Video genauer vorstellen. Ja, das sind sie die beiden neuen Photosport AW3 in der Version 15 Liter und in der Version 24 Liter. Was als erstes auffällt, wenn man die Rucksäcke in die Hand nimmt und sie leert, ist sie sehr leicht. Also 1,1 Kilo und 1,5 Kilo. Also, wie es schon der Name sagt, Photosport, die sie für Outdoor-Aktivitäten denkt. Und es ist natürlich angenehm, wenn sie nicht ein grosses Eigengewicht mit sich bringen. Und da hat Lowe Pro wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, was das Gewicht anbelangt. Ich werde euch jetzt den Rucksack ein bisschen genauer zeigen mit der Funktionalität, weil ein paar Besonderheiten hat er. Und die werde ich euch am besten gleich etwas demonstrieren. Als erstes möchte ich aber noch schnell auf ein kleines Detail aufmerksam machen. Und zwar, wenn man in der Natur draussen ist, sollte man auch etwas zur Natursorg tragen. Und das hat auch Lowe Pro sich zu Herzen genommen. Und hat mit diesen Rucksäcken diese neue grüne Balken eingeführt. Und zwar seht ihr hier, wie viel Prozent Recyclingmaterial in diesem Rucksack verbaut wurde. Bei diesem Modell sind das bereits etwa 75 Prozent, wo der Rucksack aus recyceltem Material besteht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, dass man natürlich auch möglichst lange noch mit solchen Rucksäcken in der Natur unterwegs sein kann. Und diese in einem guten Zustand dürfen vorfinden. Was ist speziell bei diesen Rucksäcken? Also einerseits haben wir, was ich sehr, sehr cool finde, einen Seitenzugriff. Das heisst, wenn ich den Rucksack trage, einen Arm lösen und ihn unter dem Arm vorne ziehen, kann ich direkt reinlegen und entsprechend auch die Kamera gleich rausnehmen. Ich habe jetzt hier mal einen Sony A1 mit dem 24-70-28, damit man einen Eindruck bekommt vom Platz, den man hat. Man hat dort noch ein weiteres Fach, wo man noch Zubehör oder eine weitere Optik darin tun kann. Und so hat man im Prinzip sehr, sehr schnellen Zugang zu seinem Kameraequipment. Das ist jetzt im Prinzip nicht einzigartig. Was aber einzigartig ist, ist die Modularität, die diese Tasche hat. Im Speziellen kann man diese natürlich rausnehmen. Und dann hat man so eine schöne kleine Tasche. Die kann man auch ganz aufmachen. Man kann da die Sicherheit lösen und kann es entsprechend ganz aufmachen. Das Spezielle sind aber jetzt eigentlich die Clips, die man daran montieren kann und die auch bei diesem Rucksack dabei sind. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht, wenn ich hier mal wieder zu mache und den Rucksack anlege. Das ist eine sehr angenehme Trageinheit, die auch gut durchlüftet ist, wenn man länger unterwegs ist. Jetzt kann ich die Clips, die mitgeliefert sind, entsprechend hier montieren und an dieser Tasche montieren. Und da kann ich als Beispiel die Tasche direkt so einklinken. Und wenn ich jetzt länger zu Fuss unterwegs bin, gleich die Kamera möchte griffbereit und geschützt haben, kann ich hier hinlegen. Ich habe ein angenehmes Verhältnis vom Gewicht her zum Laufen und habe gleich einen sofortigen Zugriff eigentlich zu meinem Equipment. Ich kann aber nicht nur die Taschen so montieren, sondern ich kann die Clips auch entsprechend an der Kamera selber befestigen. Und kann dann auch sagen, dass ich zum Beispiel diese so einklinken. Und nachher habe ich auch entsprechend gerade die Kamera griffbereit, aber auch gesichert, wenn ich etwas unwegsam gelämmt bin oder ein Stück weit laufen möchte. Und aber trotzdem unmittelbar bereit sein möchte, die entsprechende Bilder zu machen. Da ist klar, da würde man jetzt vielleicht nicht gleich 600 Millimeter dran montieren, wenn man so läuft. Aber für das ist ja der Rucksack von der Grösse her auch nicht gedacht. Aber so sicher ist es sehr spannend, wenn man gerade im Prinzip bereit sein will, zum Aufnahmen zu machen. Es hat aber noch weiteres Zubehör dabei bei diesem Rucksack. Und zwar hat man einfach auch einen normalen Tragriemer. Den kann man auch brauchen, sowohl für die Kamera wie auch für die Tasche, wenn ich die einfach umhängen möchte. Und ich habe noch so ein Leash, das auch ein wenig flexibel ist. Auch hier kann ich entsprechend solche Clips reinschlaufen. Und kann entsprechend kleinere, leichtere Sachen mit mir so rumtragen und kann sie sofort entsprechend ausklinken. Was ich fast noch besser finde als vormontiert, ist die Möglichkeit, dass man es auf der Seite einschlaufen kann. Und nach der Kamera entsprechend auch hier griffbereit hat. Also auch die Möglichkeit besteht jetzt bei diesem System. Die ganzen Zubehörgeschichten, die ich jetzt hier gezeigt habe, die verschiedenen Häkeln, die es dazu gibt. Die sind in einem kleinen Täschchen. Und das Täschchen hat auch zusätzliche Funktionen. Jetzt habe ich einfach mal schnell mein Smartphone drin. Und das kann ich auch entsprechend gerade hier montieren. Und habe dann auch einen Zugriff. Ich kann natürlich hier auch ein Sportman rein tun. Oder sonst irgendwelche Sachen. Einen Energy Regal. Und habe entsprechend auch nochmal eine Möglichkeit, gerade reinzulängen. Ich zeige euch das nochmal von der Seite, dass ihr einen Eindruck kennt von der Grösse. Man hat auf der Seite die Möglichkeit, ein Stativ drin zu tun. Was sicher auch sehr angenehm ist. Wenn man länger läuft und gleich etwas möchte ich dabei haben für längere Belichtungszeiten. Plus kann man natürlich die Wanderstöcke aussen montieren. Man hat eine flexible Tasche, wo man den Regenschutz rein tun kann oder einen Bulli oder etwas. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf. Es scheint nicht immer die Sonne. Man hat wie bei allen AW-Serien von der Lovetro entsprechend auch gerade einen Allwetterschutz. Den kann man drüber ziehen. In einer Signalfarbe. Von der Sicherheitsüberlegung her. Wenn man diese Gramm auch noch sparen möchte, kann man auch den entsprechend direkt wegnehmen. Ja, die beiden Rucksäcke sind ab sofort verfügbar. Was natürlich auch immer noch spannend ist, ist was sie kosten. Der grössere ist 219 Franken, der kleinere 169 Franken. In meinen Augen auch ein sehr fairer Preis für die Flexibilität, die Möglichkeiten und die Verarbeitungsqualität, die wir bei diesen zwei Modellen haben. Sie sind bei uns im Showroom. Können Sie es euch ausprobieren. Und natürlich auch über Webshop verfügbar, wenn ihr diese bestellen möchtet. Bei den Fototests und Rucksäcken ist es auch so, dass ihr sie zurückschicken könnt, wenn ihr sie nicht gebraucht habt. Dann könnt ihr also auch gefahrlos entsprechend zuerst testen, ob sie euch den Ansprüchen entsprechend passen. Danke und bis zum nächsten Mal.